Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börse Daily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 26. April. Gut, wir beginnen zunächst am heutigen Mittwoch mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Tagesschart, wo es am Vortag dann doch noch zu einem Kurseinbruch gekommen ist. Wir sind dann mit einer langen bärischen Tageskürze am Tagestief bei 4071 Punkten aus dem Handel gegangen, nehmen damit Kurs auf die Unterstützung bei 4060 Punkten, sowie den kurz darunter verlaufenden 50er EMA bei aktuell 4051 Punkten. Der S&P 500 konnte in den Vortagen hier im Bereich um den 10er EMA, der aktuell bei 4118 Punkten notiert, seitwärts tendieren. Wir sind hier zudem am Montag mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen, die dann aber am Vortag, am Dienstag nicht bestätigt wurde. Wie gesagt, es ging dann bergab. Der Aufwärtstrend ist trotzdem trotz der Kurskorrektur am Vortag hier weiterhin intakt, solange wir hier den Bereich um 4060, 4050 Punkte weitgehend verteidigen können. Möglicherweise werden wir am heutigen Mittwoch dann noch etwas weiter nachgeben und hier diesen Bereich um 4060, 4050 Punkte anlaufen, dort einen Boden bilden und in der Folge dann wieder nach oben abprallen und die Aufwärtsbewegung dann zunächst fortsetzen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 4100 Punkte, sowie dann darüber der 10er EMA im Bereich von 4118 Punkten. Gut, wir machen dann weiter mit dem DAX im hier vorliegenden Tagesschart. Da konnten wir am Vortag noch den 10er EMA verteidigen. Diese hellblaue Linie hier, wir lagen im Tagestief bei 15.794 Punkte. Der 10er EMA notiert aktuell bei 15.797 Punkte. Wir sind dann wieder angestiegen und konnten letztendlich höher bei 15.872 Punkten aus dem Handel gehen, dazu mit einer bullischen kleinen Tageskerze. Trotzdem bewegen wir uns hier weiterhin in einer Seitwärtsbewegung seit mehreren Handelstagen. Vorbildlich notieren wir am heutigen Mittwoch im Bereich von 15.810 Punkten und dürften damit die schwächere Kursentwicklung der US-Märkte am Vorabend beschädigen und zunächst Kurs nehmen hier auf den 10er EMA. Kommt es dann hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre dann zunächst mit einem weiteren Kursrückgang zu rechnen Richtung 15.500 Punkte, wo sich hier eine wichtige Unterstützung befindet. Gut und abschließend kommen wir wieder zu den Markierungslinien für den Long- und Short-Bereich, die sich auch für den heutigen Mittwoch nicht verändert haben aufgrund der langen Seitwärtsbewegung hier im DAX. Wir haben dann den Long-Bereich unverändert zwischen 15.700 und 15.750 Punkte und den Short-Bereich dann zwischen 15.950 und 16.000 Punkte. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem Ian G-Markets Morning Call. Ich melde mich dann wieder am morgigen Donnerstag mit dem Ian G-Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Trading. Vielen Dank.